So, hallo! Hallöchen! Tag! Tagchen! Du bist Mesut, ne? Jo! Genau, ich bin Klaas. Hallo Klaas! Wir wollen uns mal so ein bisschen umschauen hier, weil ich habe schon einiges versprochen, was es hier in diesem Laden gibt, nämlich genau alles, ne? So gut wie ja. Ja, genau, könnte ich hier noch, na klar. Was ich auch sehr gut finde, ist dieses riesengroße Stabfeuerzeug. Richtig! Wozu, also weshalb ist das erfunden worden? Ha! Keine Ahnung, das ist mehr Deko und Spielzeug. Es ist der Flammenwerfer des kleinen Mannes. Richtig! Es gibt zum Beispiel eine Bob-der-Baumeister-Porzellanschale. Richtig! Richtig, eine super Bob-der-Baumeister-Super-Schale, also in Porzellan. Ja, muss ich vorsichtig sein, ne? Ja, na klar, die sind sehr wertvoll. Wir machen eine Werbung für dich. Wir machen eine Werbung für diesen Laden, für all das, was man hier kaufen kann. Und es wird keine Werbung sein, wo höflich empfohlen wird, hier vielleicht was zu kaufen, sondern es wird eine Art Befehl. Ja? Ja? Ich hab so Bilder vor Augen, dass hier so lange Schlangen sind, wie wenn irgendwo ein neuer Apple-Store aufmacht. Und das kriegen wir hin. Okay. Kennen Sie das? Sie möchten etwas im Internet bestellen, aber diese verflixt komplizierten Laptops machen Ihnen einen Strich durch die Rechnung? Ohne ein Informatikstudium sind diese Geräte eigentlich gar nicht zu bedienen. Bestellungen im Internet führen häufig zu schweren Verletzungen oder enden in den meisten Fällen sogar mit dem sicheren Tod. Das muss nicht sein. Es gibt einen Ort, an dem Sie alles kaufen können, ohne sich dabei den Gefahren des Internets aussetzen zu müssen. Willkommen bei BBB Waren Restposte. Hier gibt es alles. Und noch viel mehr. Treten Sie ein in den analogen Konsumtempel. BBB Waren Restposte. Wir haben Batterien, Spannwurte, LEG Kugelschreiber im Mund, Warenwesten für Hunde, Einkaufsstraße statt Datenhighway. Das Internet ist so weit weg, irgendwo in Amerika. BBB ist genau im Sekt. Kaufen Sie bei BBB. Im Internet werden nur Ihre Daten geklaut. Hier bei BBB Waren Restposte klauen wir nur Ihr Herz. Ich hätte gerne eine Espressokanne mit Kuhmuster, Crocs mit Blumenpailletten und einen solarbetriebenen Plastikschmetterling. Jawohl, haben wir. Sie wollen alles und noch viel mehr? Und das zu unverschämt tiefen Preisen? Hier findet jeder, was er braucht. Sogar coole Teams. Schisch! So, habt ihr Lehrigstens Sturmhaken und Garniergerät von dem Vorrat her? Ja, natürlich, junger Mann. Haben wir. Das und noch viel mehr. Fly und frische Produkte für junge Leute. Like a boss. Sogar Prominente schwören auf den sympathischen Restpostelladen. Entschuldigung, seit 10 Jahren suche ich einen ganz besonderen Artikel. Ich habe überall auf der Welt gesucht. Sie haben es bestimmt eh nicht, aber ich frag mal. Haben Sie eine schwarze Mütze, auf der eine Rose, ein Kussmund-Smiley und ein Regenbogen aufgestickt sind? Sie meinen etwa so eine hier? Ich glaub's ja nicht. Bei BBB Warenrestposte gibt es ja wirklich alles, was man braucht. Genau. Und noch viel mehr. Wow. Was für ein gut sortierter Laden. Wir Schauspieler brauchen ganz schnell öfter mal ein Riesenstabfeuerzeug oder ein Tragebuch in Jeansoptik. Hey, bei BBB Warenrestposte gibt es nicht nur Sachen für den Haushalt. Nee, nee, auch für den Garten. Manni mag kick it. Gieß kann, Gieß kann, Gieß kann, Eskalation. Dieser Laden hat die meisten Produkte der Welt. Wir haben alles. Und noch vieles mehr. BBB Warenrestposte. Wir werden uns aufgelöst, was man besser aufgebaut. Wir machen was nicht nur das, wenn man einen Kuss einsehnter. Wir machen dann eine gute Idee. Wir machen jetzt die Sachen, die Sachen zu Löwen sind. Wir machen die Sachen Gäste, die Sachen, Dächtung, Dätig, Dächtung. Wir machen uns über die Sachen. Wir machen die Sachen, Leute heute sind die Sachen. und da waren die Sachen, die Sachen zu 이유llen wir machen. Bis zum nächsten Mal.